Verdammt! Wie scheiße das einfach ist, ne? Jetzt aber! Schneller, 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 schneller! Ich will jetzt mal schnell auf E mit wechseln. Schneller E mit. Schneller, schneller, schneller. Nicht wirklich. Was muss ich damit jetzt machen? Schauen, muss ich auf irgendjemanden wechseln? Ah! Oder müssen wir einsteigen? Was muss ich hier machen? Oh! Wie feuere ich denn? Na ja. Gut, dass ich auch so ne tolle Reichweite hab. Hm. Mit der Reichweite muss ich nicht fahren, ne? Ich versteh grad nicht, was die von mir wollen. Ja, guck mal, hier blockt das irgendwie. Ich kann ja auch mich hier nicht weiterbewegen. Und hier kann ich so ein bisschen... Hier kann ich so ein bisschen... Aber das bringt mir ja hier nix. Hier kommen Stangehörer aus. Machen die Gegner hier platt. Das ist ganz komisch. Ich kann mich nicht großartig bewegen hier. Ah! Gedrückt halten. Ja, gut. Keine Ahnung, was das jetzt gebracht haben soll, aber... Ah! Meisterbauer. Warum sagt ihr das nicht gleich? Okay. Achso, ich glaub dann aber auch automatisch stehen. Sweet! Okay. Ich finde das sollte wohl reichen. Los Leute, weiter geht's. Gold! Da steht ja goldig. Okay, 10 von innen. Spackos. Machen wir die doch mal schnell weg. Wuhuuu. Gucken wir uns nebenbei mal ein bisschen um. Was wird hier von mir erwartet? Was soll ich machen? Muss ja wohl irgendwas mit den goldenen Dingern zu tun haben. Gott, Gott, Gott. Oder was ist das hier? Na, wie auch immer. Aha. Für die goldenen Dingern brauche ich ja wieder einen Laser. Da kommt bestimmt... Das war klar. Wenn wir die goldene Kuppel zerstören, kann ich die Regenbogen-Legosteine darunter verwenden. Ja gut, dann... Was wird wieder gebaut? Warum baut es ja nicht nur Katapulte? Und los geht's! Aua! Ist aber sehr unfair. Was? Ich bin Ben, der Astronaut. Und ich kann ein Raumschiff bauen. Luftgepasst. Raumschiff, Raumschiff, Raumschiff. Raumschiff, Raumschiff. Das geht nicht! Der Himmel wimmelt vor Feinden. Schau gut. Ich wollte eigentlich eh kein Raumschiff bauen. Ach so. Wo können wir hin, wo man uns nicht findet? Vielleicht könnten wir hier unter Wasser... Vielleicht könnten wir unter Wasser gehen. Tolle Idee, Baby! Danke, Batman! Deine Ideen sind die besten! Hey, ich hab das zuerst gesagt! Wir könnten ein U-Boot bauen! Ein bad U-Boot! Patent angemeldet! Mit Regenbogen! Und Traumfänger, falls wir einschlafen! Wie ein Unterwasser-Raumschiff! Wir könnten nicht alles auf einmal bauen! Bereit! Los! Okay! Mit Förster? Ah, cool! 100 Prozent! Sehr schön! Sehr schön! Sehr schön! Sehr schön! Können wir jetzt so ein geiles Unterwasser-U-Boot bauen? Wie es aussieht? Vielleicht? Ja! Wer ist er denn überhaupt? Benny! Der gute Beanie! Habe ich jetzt... Habe ich jetzt Kohle für Shakespeare? Allerdings! Ja, ja, ja! Leave me alone! Gibt's hier irgendwo diese Anleitung zu dem Dingens? Wer bist du denn da? Boah! Der sieht aus wie so ein Wrestler oder sowas! Ah verdammt! El Macho Wrestler, na super! Hätte ich das gewusst! Der war auch vorhin aber nicht da! Sonst hätte ich den... ...auf meine Wunschliste gesetzt, auf meine Inhalte! Aber ich weiß jetzt zumindest, dass so ein Typ da ist! Ja, ganz schön witzig, ja! Muss ich denn jetzt machen? Das guidet mich dahin, aber das ist ja nix! So ein Bullsheet! Oh hell, konnte ich ja wieder... Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Das kann ich hier machen? Ah ok, das kann Benni machen! Hallo Beanie! Deswegen haben wir den Schwachkopf mit! Warum sagt ihr das nicht gleich? So! Oh, verbinden! Was für ne... Was für ne Scheiße ist das denn? Ok, ist das so ein Pac-Man-Verarm oder was? Ha, voll genatzter! Ich bin ein bisschen langsam hier grad! Fällt mir immer so auf! Na, da krieg ich mich nie im Leben, ey! Du inkompetente Stück Scheiße! Und jetzt? Ah, da ist ein Liederstein! Leela! Wo muss ich denn jetzt hin? Hier oder was? Ah ja! Ich bin der Computer! Hervorragend! Ah gut, jetzt können wir auch hier... ...weiter oder auch nicht. Hallo? Wow, cool! Er hat so ne... ...so ne Pistole lan! Oh, aua! Vor allem voll sinnvoll so einen Raumschutz zu bauen, dass man die einsteigen kann, sondern... ...ne? Ist schon. Ja... Ich weiß... Ich komme auch so lange zu leben. Diese Farben brauche ich! Blaue Waldbeere und blaue Apfel! Nimm die gelben Steine! Hey Leute, kann ich helfen? Nein, es muss warm sein! Nein, ich brauche das! Wir können Flügel gebrauchen! Hey! Ich brauche deinem Retro-Weltraum-Zeug! Da ist er! Alle Einheiten das Ding angreifen! Das... ...soll wohl nur rot sein oder so? Los! Das Ding muss fertig sein, bevor wir ins Wasser gehen! Und es muss schön sein! Unbedingt! Ich arbeite nur in Schwarz oder sehr dunklem Grau! Boah, ihr prima Donnen, ey! Na gut! Was ist da da oben? Das weiß keiner so genau. Anscheinend schon. Wann muss ich von hier aus hin? Da? Ne, und aus? Ne. Ne, ne, ne! Hm, okay. Gut, nein! What the fuck? Aha. Ich glaube, dass ich hier bin, bringt nicht so viel. Ähm... Hallo? Hallo, hallo? Das ist auch wieder so ein Haken-Ding. Da kann auch... Da kann auch Batman bestimmt dran. Aber nur, wenn er genau hier steht. So. Aber mal klauen, ne? Ja. Viel Glück beim Bau der langweiligen U-Bo-Teile. Batman, Ende. Hat jemand noch Steine übrig? Ich habe keine mehr, dabei fehlen noch die begehbaren Schränke. Lenkt denn keiner das Ding? Ich glaube nicht, dass wir da drunter durchpassen! Ich glaube nicht, dass wir da drunter durchpassen! Ja, sag ich doch! Überlass die mir! Alle Snoops hier. So, nun? Nun gucke ich doch mal. Ah, okay. Ich sage das doch gleich. Ah! Sieht doch gar nicht gefährlich aus. Ha! Das will ich aber meinen. Oh ne, Nachschub. Aua! Leave me alone! Vorsicht! Entgriffsschiff! Keine Sorge, ich hab's! Aber man will drauf losbegeln. Keine Besicht auf Verluste. So, muss ich als nächstes machen? Außer den Typen hier zu besiegeln. Hm, wird immer noch das hier angezeigt. Boah, es wäre echt schön, wenn sie ein bisschen schneller klären könnte. Aber nein! Oh! Oh! Oh, 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 oh! Was soll ich denn hier machen? Okay, das weiß keiner so genau. Gut, dass ich da gerade gestorben bin. Ich guck mal, ob ich was mit Vitruvius machen kann. Aber das Ding hat auf jeden Fall Meisterbauteile, sehe ich gerade mal. Aber wo ist der Staat davon? Ich wechsle nochmal auf sie. Ja, da komm ich nicht hoch, ne? Hm. Na, war schon ein bisschen ätzend, ey. Best.